In diesem Video erkläre ich euch, wie man in SQL-Datenbanken schreiben kann. Das, nachdem ich euch letzte Woche gezeigt habe, wie man in SQL-Datenbanken Daten auslesen kann. Zuerst schauen wir uns die Spaltentypen in SQL an, die wichtigsten. Zum einen gibt es Varchar. Varchar ist für kurzen Text mit maximal 256 Zeichen. Hier können wir auch angeben, wie viele Zeichen es maximal haben soll. Zum Beispiel Varchar 8, wenn es maximal 8 Zeichen lang sein soll. Das hat auch damit zu tun, wie viel Speicher das Ganze braucht. Text ist für langen Text, zum Beispiel Blockbeiträge. Int für Ganzzahlen, auch hier können wir die Anzahl Stellen angeben, wie zum Beispiel 8 sind. Double ist respektive Float, ist für Kommastellen. Double steht für Double Precision. Hier haben wir 64 Bits, während es bei Float nur 32 Bits sind. Dann haben wir Date für Datum. Date, Time für Datum mit Uhrzeit. Time für Uhrzeit. Und Blob für binäre Sachen, als zum Beispiel Dateien. Hier können wir Bilder drin speichern oder auch andere Dateien. Wobei SQL nicht besonders effizient drin ist, Dateien zu speichern. Häufig ist es effizienter, die Bilder oder Dateien auf einen Ordner auf dem Server zu kopieren und dann nur den Dateinamen in der Datenbank zu verlinken. Nun laden wir Debi, was für die Datenbankverbindung gebraucht wird. Und dann machen wir ein Connection-File, eine Connection auf zu einem SQL-Lite. SQL-Lite ist eine Datenbank, die in einer einzigen Datei existiert. Das heisst, man kann einfach die Datei kopieren, dann wieder auf die Datenbank zurückgreifen. Der Nachteil ist, es kann nur eine Person aufs Mal zurückgreifen, was bei anderen Datenbanken, wie zum Beispiel Maria Debi, nicht der Fall ist. Jetzt hier machen wir einen Spezialfall. Und zwar schreiben wir es nicht in eine Datei, sondern es ins Memory. Also das ist aktuell, wir arbeiten damit. Es wird nicht gespeichert. Schauen wir uns das Ganze mal an. Die Datenbank, die wir jetzt quasi erstellt haben, ist leer. Macht auch Sinn. Noch keine Tabelle drin. Zum nächsten Schritt erstelle ich ein einfaches DataFrame und schreibe das mit DebiWriteTable, das Connection-Objekt, dann wie ich die Tabelle nennen will, und dann das DataFrame rein. Jetzt können wir das entfernen. Wenn wir DebiListTables nun anwenden, sehen wir, dass eine Tabelle Person drin ist. Und wir können auch schauen, was Name und Age die Felder drin sind. Und wir können es mit DF gleich DebiReadTable, Connection-Person, können wir es wieder zurücklesen. Sehen wir auch, das Lesen funktioniert wie erwartet. Wir können Select Star from Person, where Age grösser 30. Sehen, funktioniert. Manuel und Tiana, älter sind das 30. Nun können wir Daten ändern. Daten ändern können wir mit dem Befehl Update. Dann die Tabelle, die wir updaten wollen. Dann Set. Und dann, was wir ändern wollen. Age gleich 41. Dann noch where. Wenn wir das Wertteil weglassen würden, würde die ganze Spalte mit dem Wert überschrieben werden. Zum Beispiel Jana wurde jetzt 41. So sehen wir jetzt, Jana ist 41. Um neue Daten hinzuzufügen, können wir Insert Into verwenden. Insert Into, Tabellenname, dann Klammer, die Variablen, Values und dann die Variablen. Ähnlich wie bei einem Vektor in R, nur ohne das C. Davor. Wenn wir genau die Reihenfolge machen, die bereits in der Tabelle ist, können wir den Teil auch weglassen. Direkt Values schreiben. Ich empfehle jedoch, das immer auszuschreiben. Dann wird es klar. Jetzt sehen wir gleich vor einem Blick. Name ist Cisca, Age ist 17. Jetzt lesen und sehen wir, jetzt haben wir noch Franziska drin. Jetzt, um die Verbindung zu trennen, können wir DB Disconnect machen. Und jetzt, weil wir das Memory hatten, das wieder laden, sehen wir, das Ganze ist wieder leer. Jetzt in der Regel wollen wir das nicht ins Memory schreiben. Memory ist, wenn wir irgendwas über SQL machen wollen, aber gar keine Datei speichern wollen. Das kann man nützlich sein für, wenn wir irgendwelche Daten merchen wollen, dann Berechnungen damit machen und dann regierte Versionen zurückgeben wollen. Dann kann es Sinn machen, das zum Beispiel direkt in Memory zu machen, ohne die Dateien zu speichern. Wenn wir das speichern wollen, dann schreiben wir hier statt Doppelpunkt Memory Doppelpunkt, schreiben wir den Dateinamen hin, wie wir Datei nennen wollen, mit Punkt SQLite. Der Rest ist genau gleich. Dann DB Write Table Connection Person DF. Seine Verbindung trennen, die Verbindung wieder verbinden. Dann ist die Person immer noch drin. Das ist der Unterschied zwischen Doppelpunkt Memory Doppelpunkt und eigentlichen Dateinamen. Dann DB Read Table Connection Person, können wir die so auslesen. Um Daten zu löschen, können wir Delete From, Tabelname, dann Where, Name equals PR. Hier ist es ganz wichtig, dass wir den Wertteil schreiben. Wenn wir den weglassen, dann sind alle Daten aus der Tabelle weg, werden alle gelöscht. Das musste ich, als ich vor 18 Jahren oder so SQL gelernt habe, da habe ich das mal vergessen am Anfang, als ich es gelernt habe, und musste die etwa 50 Einträge, die ich gemacht habe, wieder nochmals reinschreiben, weil die ganze Tabelle gelöscht war. Pia löschen, jetzt sehen wir, Pia ist nicht mehr drin. Jetzt noch das Beispiel ohne den Veritile. Da sehen wir, da ist keine Zeile mehr drin. Um die Datenstruktur zu ändern, können wir mit Alter Table arbeiten. Hinzufügen, löschen oder einen Typ ändern. Alter Table Person, mit Add können wir hinzufügen, Teilnahmen und dann den Typ. Zum Beispiel Zip, soll Int4 sein. Wenn wir das jetzt anschauen, sehen wir, jetzt haben wir noch eine Spalte Zip drin. Mit Alter Table Person Modify Column, Zip Virtual 4, können wir das Ganze ändern. Das habe ich jetzt hier auskommentiert, weil das funktioniert nicht in SQLite. Das funktioniert hingegen zum Beispiel in Maria Debian und in vielen anderen, aber nicht in SQLite. Das Modify Column. Dann gibt es noch Drop Column. Das ist, wenn wir eine Spalte löschen wollen aus der Tabelle. Wenn wir Zip wieder löschen wollen, ist sie wieder weg. Wenn wir eine ganze Tabelle entfernen wollen aus der Datenbank, können wir das mit Drop Table Tabellenname machen. Jetzt ist sie entfernt. Sehen wir, es gibt keine solche Tabelle mehr. Um eine Tabelle in SQL zu erstellen, anstatt ein Data Frame zu speichern. Was wir in der Regel machen wollen, wir SQL je nachdem auch von anderen Sprachen aus bedienen können. Oder genau die Spalten definieren wollen und das nicht mit Write Table dem überlassen wollen. Können wir es wie folgt machen. Zuerst noch einige Fachbegriffe. Primary Key ist eine einzigartige Spalte oder Spaltenkombination, die eine Zeile definieren, die ähnlich ist wie Rownames in all. Die sind dann unik. Wenn wir das weglassen, Primary Key, dann ist die ganze Zeile das Primary Key. Manchmal haben wir zum Beispiel eine Personennidee und können dem den Primary Key zuweisen. Dann gibt es noch das Schlüsselwort NOT NULL. Das heißt, dass die Spalte keine Nullwerte enthalten darf, die entsprechende. Nun, um eine Tabelle zu erstellen, können wir das Keyword Create Table verwenden. Dann einen Tabellennamen. Dann in Klammern die Spalten. Zuerst haben wir mal Affair ID. Das soll ein Integer sein mit acht Stellen. So lange ist die Affair ID im eikonistischen Parlament in der Schweiz. Das soll ein Primary Key sein, weil jeder Vorstoss hat eine einzigartige ID. Das heisst, wir können später direkt mit der ID einen Vorstoss abrufen. Dann Title Varchar 256, NOT NULL. Dann Date, Date, NOT NULL. Typ soll Varchar 32 sein, NOT NULL. Zum Beispiel, ob es sich um eine parlamentarische Initiative, um eine Motion, Interpellation usw. handelt. Und dann noch Content, der Inhalt des Vorstosses, als Text. Dieser kann auch leer sein, wenn der Text noch nicht verfügbar ist. Dann könnten wir in einem nächsten Schritt, können wir zum Beispiel einen Scraper bauen. Dann mit Insert into Table jeweils die entsprechenden Vorstösse reinschreiben. Und so alle Vorstösse in einem gewissen Zeitraum scrapen von der Schweizer Parlaments-Webseite. Oder aus einer API rauslesen oder wie auch immer wir das machen wollen. Zu Ausführen sehen wir, wir haben jetzt eine Tabelle Vorstoss. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video aufzeigen, wie man Daten in eine Tabelle reinschreiben kann und Tabellen modifizieren kann. Falls das Video nützlich für dich war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du über zukünftige Videos von mir durch YouTube informiert werden willst, kannst du gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. YouTube informiert dich dann, wenn ich ein neues Video hochlade. Falls du Fragen hast, kannst du dir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn du gerne in die Kommentare schreiben kannst, kannst du gerne in die Kommentare schreiben.